Hallo. So. So, dann schlafen wir jetzt mal bis Nacht. What delights might there be to find in town today. Auch der ist eine gute Auszeit. Doch, hier ist eine gute Auszeit. Vielleicht sollte ich mich fragen. So, irgendwo soll jetzt hier der Chefs... da. Eben abgeworzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Liquid nachfüllen. Und... ein bisschen drüber gekippt. Hm. As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophants. Should Deeser denounce your majesty as a false arisen, few would elect a doubt her. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. Okay. It was delayed so that the sovereign, that is the false arisen, could convalesce in the palace. But the date has now been set. The central players in the court ought all be in attendance. It would be a fine opportunity to display your majesty's power. None would be able to deny that you are the true arisen then. There is a problem how only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity will be granted entry. If your majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, allow me to summarize them for you. The citizenry have called upon my soldiers to call monsters that plague the land. I dare say, it would be a fine contribution were you to accomplish these tasks on aided. What say you? Might I ask for your corporation in this matter? Yeah. Thank you, your majesty. There are three locals. The first is Trevo Mine, to the northwest. We've had next is half village, west of Burnworth. I believe soldiers have already been dispatched to call an infestation of Saurians there. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight. Okay. We have been charged with the felling of monsters. Cooperation is our strengths. We face our task with an advantage, whatever it may be. Okay. Okay. Alright, let's get there. Okay. So, weiter geht's. Dann laufen wir hier noch lang und gucken mal hier. Und sonst laufen wir dann wieder zurück und gehen dann hier lang. Okay, ein guter Spot. 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 Nein! So Oh Was ist das? Silber jetzt Okay Ah Hm Alter Da ist ein Hypogreif Oder ein Greif Kein Hypogreif So Was ist denn das? Ich suche nach unserer Tochter Wenn ihr eine junge Frau gesehen habt Die bitte meldet Weißt du Wir sind kein Das ist von dieser Grabe Die von Abdi Oh Ist das gemein So Ich suche nach Da können wir hin Und mal eben Eine Runde Campen Würde ich sagen Hey hey Das wollte ich nicht. Ich wollte bis morgens. So, und nochmal. Ups. Gut morgens, alle. Okay. Nice. Okay. 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 Nice. So. Und tot. Und Ruhe. Mitnehmen. Oh, look. There are rare materials yonder. Just waiting to be harvested. Well spotted. Shall we see what we can find? Nought spurs the imagination like places yet unvisited. Try not to lag behind or stray too far ahead. Lest we lose sight of each other. Let my magic infuse your weapon with the fury of the elements. Hackerhorn. Okay. 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 Nice. Buschräuber? Bootschräuber? Das war's für heute. Oh Gott. We're in fine fall. Our foe will soon be sorry to have challenged us. Oh Gott. We're in fine fall. We're in fine fall. Okay. Alter. Also. So. Den machen wir noch platt. Und. Und. Wohin führt jener Pfad? Das gibt nur ein. Eine Sache ist rauszufinden. So. Da drüben können wir mal eben gucken. Okay. 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 Da kommen wir so nicht hin. Okay. 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 Hey. Nicht wegrutschen. Okay. 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 Das ist weg. Okay. 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 Hm. Okay, dann gehen wir mal runter. Geil, Skelette. Wow. Alteisen, Eis. Geil, Geil, Geil. Ja. Na? Was geht? aber erst mal guten tag genau guck mal jetzt werde ich schon von meinen eigenen leuten gemobbt dass ich keine ahnung habe wohin laufe hier ist nix mehr okay jetzt auch lazarus stein ja toll also die behandeln mich nur nicht wenn ich das dlc kaufe sagst du so okay na toll so die mechanik hier dieser brücken finde ich geil oh gott wow hahaha alter schwede das hat mich doch ein wenig überrascht so so ja gerne okay aber für den dlc müsste ich noch zwei euro mobbing abgabe entrichten auch dankeschön hahaha das ist ziemlich eine herausforderung so 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 Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? O-o-o-o-o-o Jo Ja 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements The Arisman has been benched Right done Okay Ah Okay We have found a material Glorious Ehh Also richtig schlimm wäre ja, wenn diese Funktion wirklich als DLC angeboten wird. Dass sich die Brücken, die Brücken bewegen.